Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Was geht Morphos? Willkommen zu unserem Spiel. Federfußball, Light Deluxe, Extreme Catwoman, Batman. Das ist kein Schwachsinn. Weiter geht's mit Netz auf Höhe 1,30 Meter. So, Teil 2. Erstes hat nicht geklappt. Das Spielfeld wird unterteilt in zwei Hälften. Zurück zum Thema. Netz Höhe 1,30 Meter. Das Spielfeld wird unterteilt durch das Netz. Die einzelnen Spielhälften auch nochmal durch eine Aufschlagslinie. Gespielt wird mit Hand und Fuß. Hand, Kopf und so gibt einen Punkt, Schuss gibt zwei. Und man darf sich selber zuspielen, wie oft man will. Hauptsache der Ball kommt irgendwann rüber. Darf aber kein einziges Mal aufticken. Das ist das Spielgerät im Übrigen. Federfußball. Federfußball, ist klar. Und wir hoffen, dass wir euch jetzt gleich noch... Wir spielen jetzt immer... Bis 35. Genau, 35. Eigentlich vier Personen, aber wir sind heute nur drei. Das wird ein zweites. Aber ich kann es trotzdem, ich bin praktisch zwei Personen. Man darf mit Kopf, allen möglichen Sachen den Federfußball treffen. Ja. Und alles gibt einen Punkt, außer Kopf und Fuß, das gibt zwei Punkte. Ja, wenn wir fertig sind und euch das erste Spiel ein bisschen gezeigt haben, gibt es dann auch... Ja, das ist relativ viel verstehen, weil dann ist es ganz so schwer. Ja, man braucht sogar wenig Vorerfahrung. Man muss nur ein bisschen mit dem Ball umgehen können. Man sieht, dass wir alle Sportarten geeignet, weil man halt mit allen möglichen Körperteilen spielen kann. Also Tennis zum Beispiel, mit den Händen, Fußball, mit dem Fuß, alles Mögliche. Guck mal Sebastian. Ich bin der Kranke. Ja, genau. Er nimmt das heute auch für uns. Gibt Zeug aus. Wollt ihr Herr Kaitano sehen? Sag sie Hallo in die Kamera. Hallo. So, wir zeigen uns ein gutes Spiel. Das ist einfach ein Verstöpfung. Das ist einfach ein Spiel. Musik 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 Das war unser Spiel. Ich glaube, er hat jetzt viel Spaß. Also wir beide auf den Netz. Und viel Spaß bei Auschwitz.